servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute noch mal mit einem kleinen tipp der den meisten vielleicht schon bekannt sein dürfte allerdings einige wie ich festgestellt habe noch nicht wissen deswegen auch noch mal der hinweis weil neulich die beim anderen thema kann das auch schon mal wo es aber das weiß doch jeder warum machst du dazu noch ein video es gibt halt auch mittlerweile leute die wieder neu eingestiegen sind die zurückgekehrt sind die das vielleicht nicht wissen und ich möchte mich mit meinem content an alle spielergruppen richten also nicht nur an die die sich super gut auskennen sondern auch an die spieler die vielleicht eben noch nicht so sicher sind und in diesem video geht es darum wie ihr am schnellsten zum mythisch plus dungeon uldaman vermächtnis von tür kommt das ist relativ simpel denn ihr müsst dafür nur zu einem bestimmten typ gehen oder zu einem bestimmten npc es gibt in dieser season nicht mehr diese dungeon portale hinten also diese zeitwege wo ihr euch teleportieren könnt am einfachsten jetzt natürlich ihr habt den key in season 1 oder 2 wo er jedenfalls aktiv war auf plus 20 getimt dann könnt ihr einfach fahrt des hütervermächtnisses drücken und ihr werdet zum eingang teleportiert alternativ geht ihr nach valdracken und schwebt hier unten rum zu obsidian enklave dort ist dann eine hütte zeige ich euch gleich auch noch mal die koordinaten das müsste diese hier sein koordinaten was haben wir hier 25 38 und da seht ihr dann das portal zum ödland also ihr müsst nicht über den alten kontinent ins ödland reisen und dann nach uldaman sondern ihr klickt einfach das portal an und kurz danach befindet ihr euch schon im ödland das ist der ganze trick an der geschichte von da aus ist es nicht mehr weit zum dungeon ihr müsst dann einfach nur noch nach da oben flattern also in richtung norden das ist immer gut da muss ich an meinen erdkunde lehrer denken der würde sich wahrscheinlich im grabe rumdrehen bei der richtungsbeschreibung nach da oben das hätte ihm nicht gefallen aber dann einfach nur noch ein stückchen hier so nordwestlich fliegen dann seid ihr auch schon beim versammlungsstein könnt porten und ab geht die wilde fahrt dementsprechend nichts wildes alles recht einfach wie man zu dem dungeon kommt und ich würde sagen wir belassen es auch schon dabei danke euch fürs zusehen hoffe ich konnte euch damit ein bisschen helfen und bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen